Ich habe gerade gestreamt, unser Game ist abgestützt, wir haben es geschafft, ja! Und jetzt habe ich wieder einen Stream gestartet. Und... Wir haben es einfach geschafft, Leute! Warte, ich lade euch an! Auf, mein Dick! Soll ich dir sagen, was frech ist, dass nur von uns beiden das Game abgestützt ist? Kommst du da grad die Fragen? Aber es ist auch nahe, also eigentlich... Ja, ja, ähm... Zwei Zuschauer, es geht, ähm... Nächster Brot beitreten! Mello... Okay, Leon, lass wieder Sprach-Chat. Dominik, ähm... Okay, ich, ähm, edit dich gleich oder edit du mich einfach. Ich schreib kurz mein Epic rein. So, das ist mein Epic. Ähm, Mello, bitte mach bereit, Dankeschön! Okay. Okay. Mello, bitte mach bereit und Nisa. Nisa, jetzt bitte noch du. Danke. Okay. Anfrage von... Bla, 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 bla. Ja, okay. Ich nehm gleich deine FA an. So. Ja, ich lass dich auf jeden Fall gleich an. Mein Game hat nicht abgestützt, ja, weil ihr nicht bei uns wart. Wollen wir beim Spawn das direkt machen nochmal? Okay. Dass wir die Leute breaken damit können? Ja. Also... Direkt bei Spawn! Nein, das wird nicht... Ja. Also, Leute, wenn ich jetzt ein Stream beende, heißt das, dass mein Game abgestützt ist. Ja. Ja. Äh... Eigentlich... Ja, hier. In dem Kreis hier. In dem heiligen Kreis der Lamas. Da. Ja. Nein, nicht so. Melo, nein, nicht so, nicht so, nicht so. Nicht so. Warte, warte, wir müssen weg. Schau, Melo. Schau, Melo, schau mal kurz mal streamen. Also, schau. Du gehst auf Waffen. Konntest, wenn wir sporen, dass wir direkt abstürzen. Ja. Also, du gehst zu... Du gehst zu Waffen, dann auf den Fehl-Date, gehst du auf in Truhe packen, dann auf Truhe und dann halt B-Spam. Aber noch nicht hier, noch nicht hier. Erst hier hinten... Also, hier beim Spawn. Warte, wollen wir vielleicht einen anderen Spawn machen? Warte, lass einen anderen Spawn bauen. Ja, okay. Leute, wir bauen jetzt kurz einen anderen Spawn. Ähm... Ja, und hier bei mir ist eine schöne Fläche. Also, Leute... Es kann sein, dass unser Game jetzt wieder abstürzt. So. So. So, hier geht's nach vorne. Und dann... hier... das ist direkt abschließend. Wir dürfen nur eine Platte her machen. Stimmt. Aber... Warte. Sporn wieder hier die Spawnplatten rein. Ich hab keinen mehr. Und jetzt, Leute? Ja, da kommt alle zu uns! Kommt mal alle zu uns, Leute! Hä? Hä? Okay, wollen wir das kaputt machen? Hä? Mein Game lag's komplett! Hä? Ja, wenn wir auch mal... Na ja, so... Ach, nicht... Aber... Ich kann... Lass uns! Boah! Junge! Hä? Irgendhalb des Schurms? Hä? Das sind wir im Sturm. Das sind wir im Sturm. Wer ist dieser verfickte Nosekin hier? Hm? Nosekin ist ein... Oh, Klauskin! Verpiss dich! Nein! Nicht kicken! Nein, die weg! Hier ist der Spawn. Und hier machen wir jetzt die Kissen. Okay, Leute! Einer geht jetzt mal aus der Map raus! Also, wir spawnen jetzt die ganze Zeit und einer... Wenn... Wenn wir lieben... Also... Nein! Keine... Nein! Keine Dings! Keine Sturm! Hör doch auf! Du Pimmelgeburt! Kommt alle zu uns! So... Der... 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 Der...